Im Grunde war dieser Mann ein Monster. Eine Art Wolf im Schafspilz. Robbie ist ein Schwindler. Er bringt die Leute dazu, ihm einfach alles zu glauben. Er sagt, ich habe einen Friedhof da draußen. Ich habe 28 Menschen getötet. Er war einer der kaltblütigsten, gefühllosesten und brutalsten Mörder, die ich je gesehen habe. Das ist das erste Mal, die ich gesehen habe. Musik 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 Dies war der Arbeitsplatz von Robert Silvera. Hier fuhr er auf Güterzügen quer durch ganz Amerika. Er teilte die Waggons mit ahnungslosen Landstreichern, genannt Hobos, und abenteuerlustigen Jugendlichen. Sie nannten ihn den Boxcar-Killer. Musik Musik Leichen pflasterten seinen Weg von Küste zu Küste. Musik William Pettit Junior, ein Herumtreiber, wurde am 3. Dezember 1995 tot aufgefunden. Ein Schienenarbeiter entdeckte seine Leiche in einer kleinen Stadt in der Nähe von Salem in Oregon. Er hatte massive Kopfverletzungen, die schließlich zu seinem Tod führten. Musik Nach Aussage der Eisenbahngesellschaft werden jährlich mehr als 500 Leichen entlang des Schienennetzes des Landes gefunden. Musik Wir dachten zuerst, dass es einer dieser unlösbaren Einzelfälle ist. Ein Toter in einem Waggon. Die Chancen, so etwas aufzuklären, sind äußerst gering, wenn man sich die Aufklärungsrate vergleichbarer Fälle vor Augen führt. Die geringe Erfolgsquote führt dazu, dass man entmutigt wird und denkt, die Ermittlungen werden zu nichts führen. Deshalb habe ich beschlossen, den Fall selbst zu übernehmen. Zwei Tage später wurde eine weitere Leiche entdeckt. Dieses Mal in Portland, Oregon. Sein Name war Michael Kleitz. Das Opfer war männlich und Trainrider. Als ich hörte, dass auch ihm der Schädel eingeschlagen wurde, dachte ich, oh mein Gott, vielleicht haben wir es mit einem Serienmörder zu tun. Und rief sofort Mike an. Da wurde mir klar, wenn das wirklich ein Serienmörder ist, der ständig unterwegs ist, so wie es den Anschein hat, wie schwierig wird es dann sein, welchen immensen Aufwand wird es erfordern, alle Polizeidienststellen des Landes zu koordinieren, um diese Person zu finden. Silvaras Leichen säumten die Bahnstrecke von Kalifornien bis nach Florida. Die Ermittler mussten sich auf ihrer Suche nach dem Mörder in die gefährliche Welt der Trainrider begeben. Bei meinem ersten Mal bin ich fast umgekommen. Als der Zug Geschwindigkeit aufnahm, fingen die Planken an zu vibrieren wie ein Sprungbrett. Wir flogen in die Luft und hatten nur diesen Eisengriff zum Festhalten. Unter uns sahen wir die Schienen und wurden schneller und schneller. Ich dachte nur, ich hätte nie auf diesen Zug aufspringen sollen. Wenn ich jetzt abrutsche, bin ich tot. Von Zug zu fallen war die größte Angst der damaligen Trainrider. Mit einem Mörder wie Silvara rechnete damals niemand. Ursprünglich war ein Hobo jemand, der die Züge nutzte, um von einem Job zum nächsten zu kommen. Nach dem Bürgerkrieg waren eine Menge Männer auf der Suche nach Arbeit oder versuchten einfach zu überleben. Viele von ihnen arbeiteten auf dem Feld und einige hatten ihre eigene Hacke, also Ho, dabei. Hobo ist demnach eine Abkürzung von Ho Boy, Hackenjunge. Hobo ist die Kontraktion des Wortes Ho Boy. Gitta Whitey und Juju Johnson fuhren schon auf den Schienen, da war Robert Silvara noch nicht einmal geboren. Damals, als es noch gar nicht mal so übel war, ein Hobo zu sein, als ein Hobo noch weit fahren musste, um Arbeit zu finden. Während dieser Tage und Nächte konnte ein Hobo seine Fahrt genießen, ohne irgendetwas zu befürchten. Die Behörden, die auf der Suche nach dem Boxcar-Killer waren, mussten bald feststellen, dass die heutige Welt eines Hobos eine andere geworden ist. Damals waren die Landstreicher und Hobos froh, wenn sie eine Decke hatten. Die Nächte auf dem Zug waren oft eiskalt. Vielen sind auf den eisigen Bergstrecken die Füße erfroren, wenn sie nichts Warmes dabei hatten. Manche wärmten sich auch mit ein paar Flaschen billigem Wein. Sie haben ihr Haus sozusagen auf dem Rücken oder tragen es am Gürtel. Sie haben Teller, Töpfe und Pfannen dabei. Oft auch eine Leiter, eine Laterne oder einen Schlafsack. Sie haben Dinge, die sie bei schlechtem Wetter wärmen oder trocken halten. Moffett jagte einen Mörder, der andere Trainrider um alles erleichtern wollte, was sie besaßen. Er wollte sich immer verbessern. Er brachte jemanden um, weil er einen besseren Rucksack als er hatte, der ihm das Tragen erleichterte. Wenn seine Schuhe kaputt waren, tötete er jemanden, der neue Schuhe in seiner Größe anhatte. Der Boxcar-Killer reiste mit einer neuen Generation von Surfern. Sie suchten keinen Job, sondern den Nervenkitzel. So hatte er leichte Beute. Die Leute, die heutzutage mitfahren, nenne ich Freizeitrider. Es sind meist gut situierte junge Kerle, die da draußen den Kick suchen und die dieses Abenteuer einfach mal ausprobieren wollen. Wochenendrider mit Handy, Kreditkarte und Hightech-Ausrüstung teilen sich die Schienen mit Aussteigern und Turbos vom alten Schlag. Darunter gibt es auch Typen, die den Hobos auflauern. Sie werden Streamline-Jackroller genannt. Früher haben sie dich noch mit einem Messer bedroht und dir dein Geld abgenommen. Heute sind sie weniger zimperlich. Sie bringen dich um, ohne mit der Wimper zu zucken. Die heutigen Trainrider begeben sich wegen Menschen wie Silvera in große Gefahr. Ein Mörder ist das gefährlichste Raubtier auf den Schienen. Robert Silvera wuchs Anfang der 70er Jahre in Silicon Valley auf. Das war noch vor dem Technologie-Boom, noch bevor das Internet die Welt beherrschte. Er wohnte in Sunnyvale, in einer ruhigen Sackgasse. Seine Kindheit verlief unauffällig. In San Jose ging er immer in die Gegend, wo die Tattoo-Shops waren. Da ging er ziemlich oft hin. Aber sie haben ihn weggejagt, weil er noch so jung war. Sie haben ihm immer wieder gesagt, verschwinde, hänge nicht rum. Aber er kam immer wieder und irgendwann haben sie ihn gelassen. Er hat dann auch mit Tätowieren angefangen und war echt gut darin. Er hatte eine künstlerische Ader in sich. Silveras Onkel Lloyd Chapin hat den Kontakt zu ihm nie abgebrochen. Er hat die Gefängniskunst seines Neffen gesammelt und erinnert sich, wie Silvera seinen Körper wie eine Leinwand bemalte. Das hier ist auch von ihm. Aber als er das Tattoo gemacht hat, als er das Profil in die Reifen gestochen hat, hat er einen Nerv getroffen und ich bin jedes Mal zusammengezuckt und aufgewacht. Bei jedem Aufwachen sah ich es mir an und dachte, Junge, sieht nicht schlecht aus, das verdammte Motorrad. Er hat es nur leider an die falsche Stelle gesetzt. Wenn ich den Arm nach rechts beuge, geht der Reifen nach rechts. Und wenn ich so mache, nach links. Als er noch in San Jose lebte, kam er im Sommer immer für ein oder zwei Wochen nach Stony Lake. Er war ein guter Junge. Ich kann nicht glauben, was aus ihm geworden ist. Besonders, weil er immer so träge war. Er war der Typ Mensch, den man sich als Nachbarn wünscht. Nach außen hin ein Jedermann. Nett und hilflich. Silveira geriet einige Male mit dem Gesetz in Konflikt. Als Teenager hatte er ein Motorrad gestohlen und kam in eine Jugendstrafanstalt. Er schrieb mir damals und sagte in dem Brief, eines Tages werde ich ein Buch schreiben, in dem ich mit allem aufräumen werde. Die Leute werden für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Und das trug er noch lange mit sich herum. Mit 18 wurde er erneut wegen Motorraddiebstahls verhaftet. Dieses Mal wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er machte dann noch ein paar Einbrüche, Autodiebstähle und so. Dann heiratete er und arbeitete auf dem Flugplatz in der Nähe von Quincy. Soweit ich weiß, war er zu der Zeit schon heroinabhängig und hat, um seine Sucht zu finanzieren, eine Menge Geld unterschlagen. Er erzählte, dass er in Schwierigkeiten war, weil er Dinge von dem Flugplatz gestohlen hatte, an dem er arbeitete. Er sprach auch darüber, dass er Visionen hatte, in denen er seine Frau tötete. Sie hatten eine kleine Tochter und lebten in Quincy, Kalifornien. Er sagte, dass er Angst davor hatte, eines Tages auszurasten und seine Vision in die Tat umzusetzen. Das war einer der Gründe, warum er wegging. Silvera läuft vor seinen Problemen davon, lässt seine Frau und das Baby in Quincy zurück und reist nach Stockton in Kalifornien. Silvera mag sich für Stockton entschieden haben, weil er dort einen Verwandten hatte, der bereit war, ihn aufzunehmen. Aber Stockton bot ihm noch einen weiteren Vorteil. Die dortige Polizei war völlig überlastet. Sie hatte keine Zeit, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Die Polizei musste Brände löschen, Schießereien, Bandenkriege und Morde aufklären. In Stockton entschloss sich Silvera, lieber draußen zu campen, als bei seinem Onkel zu wohnen. Hier hat er gekämmt. Er kam hier hoch und ging dann dort entlang, nahm den Bus in die Stadt und kaufte Heroin und was er sonst noch so brauchte. Dann kam er wieder zurück, um hier zu übernachten. Er hatte sich an dieses Leben gewöhnt, aber eines Tages sprang er auf den Zug und weg war er. Die meisten Menschen waren noch nie auf den großen Güterbahnhöfen, wo die Frachten verladen werden. Diese Bahnhöfe sind Dreh- und Angelpunkt für alle Trainrider. Für fast ein Jahrzehnt waren sie Robert Silveras Welt. Bevor ich mich mit diesem Fall beschäftigte, hatte ich keine Ahnung von dieser Welt. Er hat mir die Augen für eine Subkultur in diesem Land geöffnet, von der ich sonst nie etwas erfahren hätte. Bei dem Wort Hobo dachte ich an diese Filme aus den 30ern, wo ein paar Kerle mit kurzen Hosen, Stock und Halstuch ihre nackten Füße von den Güterwaggonsbommeln lesen. Es war mir überhaupt nicht klar, dass es so etwas heute noch gibt. Quakenbush hatte ein neues kriminelles Terrain entdeckt und Robert Silvera, der Hobo-Mörder, war der König auf diesem Terrain. Die Rider von heute reisen normalerweise zu zweit, damit sie sich gegenseitig bewachen können. Man muss immer zu zweit sein. An dieser Stelle habe ich mich mal mit einem Hobo unterhalten. Danach drehte er sich um und hängte sich an einen Zug in Richtung Norden. Ich sprang dann auf einem Waggon mit einem Hobo namens Pittsburgh Buzz. Buzz hat mir dann erzählt, dass er nie mit einem Fremden fährt, weil ihm das Risiko zu groß sei, dass er überfallen oder ihm im schlimmsten Fall die Kehle durchschnitten würde. Er sagte, wenn du allein auf einem Wagen sitzt und jemand kommt und fragt,